und ein herzliches willkommen zurück zu einem weiteren teil hier bei super smash pass ultimate mit mir von der youtube let's place als hobby ein kämpfer mal gefunden und es geht los wieder eins gegen eins auf mich kann schocker doch wie ein hammer ist es mit millionaires mit donkey kong wo auch nicht leicht ja 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 Das war's. Das war's. Ich hab den auch zuerst getroffen, warum ist er da nicht weggeflogen? Das war's. 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 Das war's.